Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute möchte ich mal wieder eine etwas ernstere Problematik bei euch ansprechen. Und zwar haben wir es mal wieder mit einer massiven Verbrauchertäuschung auf Amazon KDP zu tun. In den letzten Wochen und Monaten sind massiv viele Schrottbücher auf den Markt gekommen, die mit hunderten von eingekauften Rezensionen geboostet wurden. Bücher, die teilweise nicht mal ein Impressum haben. Und das fuckt mich einfach tierisch ab, weil ich das Gefühl habe, wir wurden ins Jahr 2017, 2018 zurückgebeamt. Es ist tatsächlich auf Amazon KDP gang und gäbe, dass immer mal wieder Leute Rezensionen kaufen, dass Leute den Algorithmus manipulieren. Daran haben wir uns ja gewöhnt. Allerdings bin ich der Meinung, dass in den letzten Jahren wirklich einiges passiert ist. Es wurden viele Accounts geschlossen, es wurden viele Rezensionen entfernt. Und diese klassischen Schrottbücher mit hunderten gekauften Rezensionen waren eigentlich mehr oder weniger Geschichte. Es gab ja auch in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder Beiträge dazu. Hier bei der Verdi, bei Heiser Online. Ihr könnt euch sicherlich auch an den ARD-Beitrag von Plus Minus, hieß das glaube ich, erinnern, zu den Schrottbüchern. Auch hier das Börsenblatt hat darüber berichtet. Und das hat ein bisschen was ausgelöst. Es liefen Gerichtsprozesse. Und ich hatte schon das Gefühl, dass einige Leute auch ihren Prozess ein Stück weit überdacht haben. So, und jetzt bin ich in den letzten Wochen auf diese Bücher hier gestoßen. Am 21. Februar 2023 veröffentlicht, 433 Bewertungen, 99% 5 Sterne, 6% 4 Sterne. Also 97% positive Bewertungen. Aber das ist natürlich nur ein Buch. Das geht hier weiter. Koreanisches Kochbuch. Hier haben wir ein Kochbuch für Teenager. Auch im Januar erst veröffentlicht, über 100 Rezensionen. Dutch Oven Kochbuch, 17. Dezember, 328. Und das geht immer so weiter. Ihr könnt es gerne mal in die Blackbox hier auch reinhauen bei Helium 10. Zeigt mir Bücher an, die über 100 Bewertungen in den letzten zwei Monaten bekommen haben. Beziehungsweise die jünger als zwei Monate sind. Und ihr seht, da gibt es allein 403 Bücher. Das sind nicht alles Fake-Bücher und so weiter. Aber schaut hier mal rein. Ihr werdet sehr, sehr viele Beispiele finden. So, das ist Problem Nummer 1. Ich habe das Ganze auch mal mit dem Tool Review Meter untersucht. Habe jetzt hier dieses mediterrane Diätkochbuch einfach mal reingeballert. Das hatte, glaube ich, 200 Bewertungen. Und ihr seht, mindestens 70% der Bewertungen sind unecht. Und wenn man die entfernt, dann hat das Buch nur noch 3,7 Sterne. Also, die Bücher sind schlecht. Ich habe mir die Bücher auch mal angeschaut. Ihr seht das hier. Das kann man ja auch sich für relativ wenig Geld als E-Book einfach mal ziehen. Die sind schlecht übersetzt zum Teil. Auch sinnlose Angaben hier in den Rezepten. Und was natürlich auch direkt auffällt, es ist kein Impressum vorhanden. Weder hier vorne im Buch noch hinten. Wir können da mal hinspringen. Auch hier ist einfach nur eine Schlussfolgerung. Und dann kommt einfach gar nichts. Ja, also hier wurde sich auch nicht an die deutsche Impressumspflicht gehalten. Nach Paragraf 5 des Telemediengesetzes. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach als Gesamtpaket hier einfach Verbrauchertäuschung. Das ist Rezensionsbetrug. Das ist unlauterer Wettbewerb. Und ich weiß nicht, warum Amazon das immer noch toleriert. Ich habe mir mit der Zeit gesagt, ich will mich nicht mehr darüber aufregen. Aber dadurch, dass das jetzt in den letzten Monaten und gerade Anfang 2023 wirklich wieder massiv auftritt, habe ich mir gedacht, will ich euch das einfach mal präsentieren. Und möchte da auch einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, weil es mich echt nervt. Die Frage ist jetzt, woran liegt das erstmal? Meine Vermutung ist, dass hier aus dem amerikanischen Raum Leute einfach ihre amerikanischen Bücher haben übersetzen lassen. Und ballern die jetzt einfach extrem hier auf dem deutschen Markt raus. Das sieht man zum Teil am Cover-Stil. Das merkt man auch daran, dass kein Impressum da ist. Das merkt man auch an den Publishing-Strategien insgesamt, an dem Rezensionsaufkommen und so weiter. Jetzt ist die Frage, was können wir dagegen machen? Ich bin der Meinung, wir können schon was machen. Schritt Nummer 1, ihr könnt das Video teilen, sodass einfach alle Self-Publisher das sehen. Und sodass auch Amazon vielleicht sogar darauf aufmerksam wird und es einfach ein Stück weit Welle macht. Denn das haben wir ja auch schon bei dem Plus-Minus-Beitrag der ARD gesehen. Dann hat Amazon wirklich mal reagiert. Dann haben sie Accounts dicht gemacht. Schritt Nummer 2, was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass man diese Bücher einfach meldet. Wir können hier direkt auf der Produktseite, ich kann euch das mal zeigen, kann man falsche Produktinformationen melden. Dann öffnet sich hier so ein Fenster und ich habe das hier einmal ausgefüllt für dieses Herzkochbuch. Und habe jetzt hier einfach mal andere Produktinformationen ausgewählt, fehlende Informationen und habe hier reingeschrieben, dieses Buch enthält kein Impressum und verstößt damit gegen die deutsche Impressumspflicht nach Paragraf 5, bla bla bla. Das gleiche könnte man natürlich auch für Rezensionen machen und einfach so Amazon darauf aufmerksam machen, dass es hier ein Problem gibt. Die zweite Möglichkeit findet ihr in eurem Dashboard ganz unten, wenn ihr im Account eingeloggt seid, unter Kontakt. Da habt ihr die Möglichkeit unter Inhalts- und Rechtebenachrichtigungen hier eine Prüfung zu veranlassen und könnt hier einfach melden, dass hier auf jeden Fall auch Rezensionsbetrug vorliegt, dass kein Impressum dabei ist, dass die Bücher auch inhaltlich grobe Mängel aufweisen. Ihr habt auch die Möglichkeit hier Screenshots hinzuzufügen, ja das könnte zum Beispiel aus Reviewmeter sein, das könnte das fehlende Impressum sein, das könnte aber auch einfach ein qualitativer Mangel sein, wenn ihr der Meinung seid, hey an dem Buch ist irgendwas falsch. Ich glaube viel mehr kann man jetzt im ersten Moment erstmal nicht machen, aber mir war einfach wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid. Was bedeutet das jetzt für uns Self-Publisher? Ich glaube gar nicht mal so viel. Klar, es regt ein Stück weit auf, aber wenn man sich die Bücher hier mal genauer anschaut, dann merkt man auch schnell, die veröffentlichen halt auch auf dem Niveau von 2017 und 2018. Das heißt, das ist nicht wirklich ernstzunehmende Konkurrenz und wenn ihr halbwegs in der Lage seid, qualitativ hochwertige Projekte zu veröffentlichen, dann ist das eigentlich keine ernstzunehmende Konkurrenz für euch, dementsprechend keine wirkliche Gefahr. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Jungs aus den USA auch das Niveau nach oben schrauben, weiterhin 300, 400 Rezensionen einkaufen und dann kann es uns natürlich schon betreffen, indem sie sich einfach damit Marktanteile sichern. Und klar, das muss man natürlich auch eindeutig so sagen, über den Kauf von Hunderten von Rezensionen bekommt man natürlich auch die Sichtbarkeit vom Algorithmus. Denn, das sieht man ja auch hier an diesem Buch, das sind nicht einfach nur irgendwelche Kindle Unlimited-Line oder E-Book-Käufe, sondern die Leute lassen tatsächlich auch das Taschenbuch kaufen, sodass es ein verifizierter Kauf ist, sodass es auch das Taschenbuch boostet und so weiter. Das heißt, diese Bücher bekommen schon relativ schnell Sichtbarkeit und bekommen ja auch Verkäufe. Also ihr seht das hier, die Sales Ranks gehen dann auch teilweise in die Top 2000 mit rein und das nervt schon. Ich glaube, dass der Markt das schon über eine Zeit lang regeln wird, also die werden dann irgendwann durchgereicht und wenn ihr einfach Projekte habt, die besser aufgesetzt sind, dann sollte das nicht so die Konkurrenz sein. Aber, wer weiß, wie sich das noch entwickelt, das ist ja jetzt hier auch wirklich erst jüngste Entwicklung. Alright, mich würde interessieren, was ist eure Meinung dazu? Packt es mal in die Kommentare, wie gesagt, ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr dieses Video hier in Facebook-Gruppen teilt unter euren Masterminds und so weiter. Und dann hoffe ich, dass sich dieses Problem schnell löst. Das war es mit diesem Video, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.